In Bangkok-Straßen ist nicht nur der Verkehr chaotisch. Auch die Strom- und Telefonkabel laufen kreuz und quer. Doch die Stadtverwaltung will die Leitungen nun in den Boden verlegen. Der Hauptvorteil ist, dass die Sicherheit des Elektrizitätssystems verbessert wird. Wenn die Kabel im Untergrund verlaufen, werden Störungen beseitigt, die zu Stromausfällen führen können. Mehr als 1000 Strommasten wurden bereits entfernt. Der Plan ist, in den kommenden fünf Jahren 39 Straßen zu entwirren. Damit soll Bangkok auch schöner gemacht werden. Bangkok ist bekannt für seine ganzen Kabel. Es ist ein bisschen wie Spaghetti. Jetzt wurde aufgeräumt und es sieht viel schöner aus. Thailands Militärregierung hat schon seit einiger Zeit Pläne für mehr Ordnung in der Hauptstadt. Erst wurden viele der bekannten Streetfood-Stände geschlossen. Nun sollen auch die Kabelvorhänge verschwinden.